Auf jeden Fall sind hier sehr viele Dunkelmond-Clan-Mitglieder. Gleich natürlich nicht mehr. Ich hätte gerne noch eine neue Rune für diesen tollen Hammer. Oh, Alter. Das war schön. Das war ein Massaker. Warum geht das nicht? Da, geht doch. Schlitzen. Zerlegen. Was haben wir hier? Da, guck mal. Ich habe gerade noch davon gesprochen. Und zack, haben wir die Hammer wieder da drin. Und hier muss der Cooldown noch gerade runterlaufen. Perfekt. Gleißender Schild und... Jo. Meine Stimme lässt gerade ein bisschen nach. Das liegt wohl daran, dass ich eben schon zwei Stunden irgendwie vor mich hin erzählt habe. Aber es geht ja noch. Noch kann ich sprechen. Alter, und da sind die Hammer. Jetzt zünden die nämlich die Gegner an. Und das war wahrscheinlich die Truhe gerade. Für die wir hier unten reingelaufen sind. Aber noch haben wir die Höhle nicht ganz erkundet. Irgendwo wird hier wahrscheinlich auch dieses Ausgangsding stehen. Da nicht. Oh, hier geht es nicht weiter. Aber hier. Eine Spinna... Ach, guck mal. Da ist noch ein Champion. Der ist elektrisiert. Dann hauen wir mal alles raus. Was wir so haben. Und vor allem die Hammer wieder. So, komm. Und da ist nämlich auch der Ausgang dann. Aber dieser Hammerdinger funktioniert echt super, weil sein Gefolge haben wir ja schon mal komplett zerlegen können. So, das hier kann er nicht blocken. Offensichtlich. Also zumindest nicht gut. Und da ist er kaputt. Und da ist nix. Und was haben wir hier? Nix. Haben wir denn gerade irgendwas eingesammelt? Irgendwas tolles? 40 Stärke. Das würde 3,3% mehr Schaden machen. Das ist alles nicht interessant für uns. Schade, schade. Ja, bitte teleportiere mich an den Anfang. Aber... Könnten wir gerade gucken, ob der Templer vielleicht... 138. Geschicklichkeit. Ja, guck mal. Das ist doch vielleicht ganz cool. Und auch... Wie macht er jetzt? 46 Schaden. Jetzt macht er 75 Schaden. Guck mal. Perfekt, perfekt. Ja. Dann haben wir ihm ja schon mal ein bisschen weiter jetzt. Macht er doppelt so viel Schaden wie vorher fast. Also da vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf achten. Und da ist dieser Stab. Der Kasra. Und jetzt kommen hier überall diese... Lustigen Viecher rausgeschlüpft. Und nochmal ein Champion. Erstmal brennen wir so alle nieder. Boah, diese Hammer, die sind echt... Also... Guckt euch das mal an. Es stirbt sofort alles hier, was hier drumherum steht. Es läuft schon ziemlich gut. Und hier ist... Nalkwan der Nah. Und jetzt ist er tot. Amazonen-Essenz. So. Was haben wir denn da? Guck mal. Das packen wir doch direkt mal rein. Und was ist das? Was wir hier auf Heilung bringen? Soldaten raufrollen. Alter. Direkt ausrüsten. Was ist denn diese Amazonen-Essenz hin? Hm. Ich will nicht. Leider ist das Zaubern dieser Hammer ziemlich langsam. Aber dafür macht es mega viel Schaden. Zumindest für unsere Verhältnisse. Und ein Totem. Und noch ein Totem. Und hier geht es weiter. Hier ist die Barrikade. Ja, kommt doch her. Los. Ah ja, hier war die Stelle, wo wir mit dem Zauberer hier oben die Leute schon angegriffen haben. Und das können wir jetzt natürlich nicht machen. Erstmal gerade ein paar Gegner anlocken. So. Jetzt können wir nämlich wieder schön gegen große Gruppen auch kämpfen. Mit den Hammern ist das ja alles kein Problem mehr. Da fällt mir gerade ein, ich könnte auch Far Cry mal weiterspielen. Ob ich das wohl mal mache? Naja. Schauen wir mal. Das ist das Problem, wenn man zu viele Spiele anfängt. Und nicht erstmal eins zu Ende spielt. Dass man dann irgendwann nicht mehr hinterher kommt. Vor allem, weil Banished ja jetzt auch eine ziemlich lange Sache zu scheinen, zu sein, zu werden sein scheint. Ach Gott. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seid ein bisschen verwirrt. Guckt mal, jetzt greift ihr euch gegenseitig an. Ihr Trottel. Oh. Ne, doch nicht. Sah nur schön aus. Aber das ist ja leider nicht alles. Ja, kommt mal alle her. Und dann stellen wir uns mal hier hin. Und lassen mal den Hammer kreisen. Oh, da oben liegt eine schillernde Träne. Da können wir dann irgendwas mit schmieden. Irgendwann werden wir das tun. Dann werden wir ganz viel craften. Und uns furchtbar tolle Gegenstände selber machen. Do it yourself. Das wird ein Let's do it yourself. Großartige Idee, oder? Ja. Oh nein. Er ist immun. Der entkommt mir aber nicht. Bleib stehen, du Unhold. Nein. Nein. Komm schon. Den kriegen wir noch. Das war knapp, glaube ich. Alter. Alter. Der hat gerade ziemlich viel fallen gelassen. Schön. Auch wenn es nicht so einfach ist, die zu besiegen. Vor allem jetzt, wo ich die Schwierigkeit hochgedreht habe. So, das bringt uns nichts. Und auch das... Ah, na? Sollen wir das mal reinmachen? Komm, wir haben mal 3% mehr Schaden. Das Schild ist schön. Wir müssten auch, glaube ich, gleich mal zur Stadt und diesen ganzen Krempel verkaufen, den wir da mittlerweile wieder angesammelt haben. Das wird ja auch nicht weniger. Dann werden wir uns gleich mal mit Leoryx Anwesen beschäftigen. Das wahrscheinlich ja jetzt gleich hier oben irgendwann kommt. So, kommen alle her. Hier hin. Jetzt beschäftigen sich die da unten mit meinem Templer. Das wollte ich nicht. Oh, das ging schnell. Warum hält diese blöde Trommel denn so viel aus? Was ist denn da los? Boah, Schabau im Stamm. Hallo. Ja. Ich bin euer Tod. Hm, 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 hm. Muss ich gleich eigentlich mal was besorgen, was meine Kehle befeuchtet. Da hätte ich aber auch vorher dran denken können. Deswegen möchte ich das hier jetzt ungern unterbrechen. Boah, 19. Eigentlich könnte Blizzard auch nochmal so ein tolles Wochenende machen, wo wir 100% Bonus... Ah, guck mal, wir haben die letzte Dings da freigeschaltet. Kollisionskurs. Nein, die Kavalerie wollte ich ja nicht. Oder macht die jetzt Schaden? Ah, das Streitroß verursacht 475% Waffenschaden pro Sekunde und stößt Gegner zurück. Na, dann können wir das ja vielleicht doch gebrauchen. Hm, nee, nee. Ich lasse schön hier die kreisenden Hämmer da drin. Sonst kann ich auch nicht mehr behaupten, dass ich gleich den Hammer kreisen lasse. Das wäre ja langweilig. Eine bessere Vorlage für Wortspiele kann es nicht geben. Ach, das ist gar kein Baum. Also kein Gegnerbaum. Zurück in die Stadt. Ja, ich werde zurückkehren. Zack. Dämonenjäger können zu jeder Distanzwaffe noch einen Köcher tragen. Mhm. Ist relativ uninteressant, weil wir ja Dämonenjäger nicht mehr spielen. Also das heißt nicht mehr, das haben wir noch nie gemacht. Ach komm. Wie lange soll denn hier so ein Ladebildschirm dauern? Wie gesagt, im Hintergrund Rennen hat gerade noch was. Vielleicht hat es damit was zu tun. Vielleicht sind aber auch die Blizzard-Server wieder ein bisschen überlastet, wie bei dieser DDoS-Attacke am Wochenende. Also, oder was? Unter der Woche? Ich weiß es doch nicht. Aber das hier erscheint mir gerade viel zu lange. Na los doch, hm? Alter. Hallo? 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 Vielleicht hilft das, wenn man die Maus bewegt. Hier, mit geht. Hui. 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 Also, Frames sind eigentlich da. Äh, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Hm, den Satz habe ich jetzt auch schon drei, vier, fünfmal gelesen. Hier hinten ist ein brennendes Haus. Eine Klippe. Noch eine Klippe. Ein alter Baum. Mit knorrigen Ästen. Das hier oben sieht ein bisschen aus wie eine Hand. Ich glaube, so intensiv habe ich diesen Bildschirm hier noch nie betrachtet. Hier oben haben wir den Kopf von Diablo. Mit ein paar, äh, Verzierungen. Es können, es sieht ja ein bisschen aus wie Tribals. Manche Leute haben sowas auf dem Arm. Diese Leute haben aber nicht so viel Geschmack. Meiner Meinung nach. Soll ja jeder machen, was er will. Aha! Guck mal! Sie haben die Verbindung zum, äh, Dings verloren. Zum, äh, Server. Das ist natürlich doof. Okay. Trennung vom Netzwerk. Ihr Klient wurde vom Server getrennt. Hm. Und jetzt passiert nichts mehr. Ich bin gleich wieder da. Äh, geht's auch schon weiter. Das hat ja, war hier ein bisschen doof gerade. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendein Verbindungsfehler. Aber, jetzt geht's weiter. So, dann können wir jetzt mit dem Händler hier sprechen. Und hier erstmal diese ganzen Sachen verkloppen. Klick, klick, klick. Weg, weg. Was ist das für ein Ring? Weg. Und müssen wir irgendwas reparieren? Jo, so ein bisschen was. Und dann müssen wir noch einmal in die Truhe gehen hier und dort ein paar Steinchen einräumen. Na, warum kriegen wir eigentlich noch diese komischen schlechten Steine, wenn wir doch schon relativ weit fortgeschritten sind und auch schwer spielen. Eigentlich müsste das ja besser werden mit der Zeit. Ich habe einfach... Ich mag dich. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Du magst mich aber auch nur, weil ich dir Geld in den Rachen werfe. So, jetzt müssen wir allerdings wieder zurück zur Hochlandkreuzung. Das tut mir ja fast leid. Aber was sollen wir machen? Wir können auf jeden Fall hoffen, dass das jetzt hier ein bisschen schneller geht. Aha. Ging es diesmal ja sogar. Jetzt sind auch die ganzen Gegner wieder da. Was uns aber nicht weiter stören soll. Wir laufen hier jetzt einfach weiter. Und lassen die Gegner da mal links liegen. Jetzt ist die Karte auch wieder anders, oder? Hier ging es weiter. Naja, wir wären wahrscheinlich schon fast an dem nächsten Wegpunkt gewesen. Aber egal. Das kriegen wir schon hin. Machen wir hier mal gerade noch so ein paar Gegner tot machen. Und hier... Boah, wir können ja hier kurz mal ein bisschen galoppieren. Das wäre ja ganz cool. Und was haben wir hier? Alter, was ist das denn? Wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen hier. Das müsste ich mir mal gerade dann trotzdem noch mal kurz angucken. Da ist Chupa Kazra. Cooler Typ. Auf jeden Fall. Der ja ziemlich viel Schaden macht. Trotzdem cooler Typ. Ach ja, und wir haben ja jetzt hier auch noch was Neues, ne? Diese Wunden sind tief. Muss wir gerade in den Trank nehmen. Alter, alter, alter. Schwingt euch auf in den Himmel und stürzt euch auf die Gegner herab, wodurch ihr allen Gegnern innerhalb von 14 Metern um euren Aufschlagsort 1100% Waffenschaden. Das hört sich noch einer ganz netten Aktion an, eigentlich, ne? Und da sind wir wieder. Äh, cool. Ich habe das wieder geleckt und zack, jetzt sind wir in den Himmel und da hat es ihn zerlegt. Das hat...